Die Leute da an der Rezeption, die beantworten Fragen, die sind unfassbar. Ja, nicht der Klassiker, schläft die Kuh auch am Bauten, das kennt ja jeder. Nein, wirklich, die beantworten Fragen, die sind sensationell. Ich hab da mal, wenn ich manchmal nichts weiß, dann geh ich an die Rezeption, das ist ja meistens so ein Internet-Account, dann setz ich mich da hin und tu so, als würde ich da mal gucken und dann schreib ich eine halbe Stunde, und mir ist das Programm fertig. Da fällst du wirklich um. Der Mitternachtssekt, wie viel Uhr gibt es denn? Hab ich gehört, ich schwöre. Oder der absolute Knaller im Abruf an der Rezeption, Entschuldigung, kann mir mal jemand aus der Kabine helfen? Hier sind nur zwei Türen, wenn ich die eine aufmache, stehe ich im Watt, an der anderen hängen Schild, bitte nicht stören. Abholen, sofort abholen.